Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 5. Juli 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 648. Und ja, heute ist Freitag, habe ich ja bereits erwähnt eingehend. Und heute habe ich die folgenden unglaublich vielen Themen mitgebracht. Depressionen, Symphonisk und iCloud. Symphonisk, genau, soweit. Drei Themen, es ist Sommer, es ist hitzig, es ist einfach nichts da. Oder ich war einfach sowas von kaputt und müde und bin es immer noch. Umzug und so weiter, tut nicht gut. Aber es, nee, es tut gut, aber es macht müde. So rum. Deshalb heute drei Themen, mit denen ich jetzt auch gleich beginne. Microsoft hat ein Gerät entwickelt. Oder ist schon länger am entwickeln dran. hat sie jetzt zum Patent angemeldet und ich dachte, dass sie schon in der ein oder anderen Ausführung von irgendwelchen anderen Herstellern gesehen haben. Aber es geht um ein kleines Gadget, was einen Sonnenaufgang simulieren soll. Wieso das Ganze? Ja, es gibt sie, die nördlichen Länder und auch sonst die Wintertage, die doch kürzer sind, grau und dunkel. Und die Nächte lang, der Mensch ist einsam. Und das führt zu Depressionen, in nordischen Ländern sogar zu Todesfällen wegen Suizid und so weiter. Zumindest das besagen Studien. Und somit muss man da ja entgegenwirken. Und das will Microsoft eben mit einem simulierten Sonnenaufgang. Wie gesagt, es ist Sommer und die Redakteure finden keine Texte, bekommen keine News zugeschanzt. Dann gerät man halt wieder mal in den Patentanträgen rum. Nicht so ein Thema, was unter den Tisch gekehrt hätte sein sollen, tun werden müssen. Mein Gott, Deutsch. Ikea hat ja schon im Jahre 2017, war das glaube ich noch, eine Kooperation angekündigt mit Sonos. Damals hieß es, man will was zusammen machen. Was genau sagen wir noch nicht. Und ja, vor kurzem hat man wieder mal was gesagt. Anfang Jahr war es, glaube ich, aber auch nichts Konkretes. Und jetzt ist es endlich soweit. Die Produkte, zumindest wir warten noch auf die Schweizer Presseagentur von Ikea, die uns da eventuell Mitteilungen geben kann, ob es in der Schweiz auch bald soweit sein wird. Auf jeden Fall in Deutschland ab August auf dem Markt. Ikea Symphonisk ist ein Speaker und obendrauf eine Lampe oder einfach einen rechteckenden Speaker. Typisches Ikea-Design könnte man sagen, wie schon diese Bluetooth-Speaker, welche wir vor kurzem gesehen haben. So in etwa zumindest. Hat Tasten unten dran, ein Rädchen zum einen ausschalten oder besser gesagt Licht steuern. Einfach ein stimmiges Produkt und ich hatte es ja vor kurzem auch unter anderem LebeSmart-Blog schon thematisiert. Und ich glaube auch hier in der Daily. Trattfree hat sich verabschiedet. Die smarte Linie von Ikea heisst ja Ikea Home Smart. Und dazu gehören auch diese zwei neuen Produkte in Zusammenarbeit mit Sonos. Und das ist sehr, sehr spannend. Wir werden ja unser neues Zuhause mit Sonos Musik oder Boxen ausstatten, so wie es ausschaut. Und das ist eine wirkliche Alternative. Die kleinen Regalspeaker, also die rechteckigen, werden bei 99 Euro liegen. Wie gesagt, Schweizer Preise liegen uns leider noch nicht vor. Und die Tischlampe bei 179 Euro. Beides doch deutlich günstiger als die kleinen von Sonos selber. Und halt vollend Sonos kompatibel. Inklusiv Airplay 2 Unterstützung und somit auch von anderen Quellen anspielbar. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn es da Neuigkeiten gibt. Und zu guter Letzt habe ich noch die iCloud. Was hat die Welt gestern, vorgestern doch ausgerufen, als es Facebook, WhatsApp und Instagram down war. Oder zumindest die Bilder und Videos, die man darüber verbreiten konnte, haben nicht richtig funktioniert. Gestern Abend hatte anscheinend iCloud ein Problem. Ich habe nicht wirklich davon was mitbekommen. Und jetzt kurz vor der Aufnahme beim Checken über die Statusseite von Apple ist so ziemlich alles bis auf Erinnerungen und Kalender wieder auf grün. Also kein Problem. Somit ist das Ganze wahrscheinlich behoben. Wenn ihr betroffen gewesen seid, lasst es mich doch wissen. Wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen davon. Ja, das waren es die Themen, die ich heute für euch bereit hatte. Ich denke, auch ihr werdet euch freuen, wenn es schneller in das Wochenende geht. Genießt das Wetter. Macht es besser als ich. Zieht nicht um. Zumindest nicht in der Hetze. Und ja, ansonsten geht euch abkühlen. Für das gibt es ja Pools, See, Flüsse und was anderes. In diesem Sinne, euer Pokipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.